Guten Morgen! Wir sind wieder unterwegs. Ich habe heute aber nicht Lisa dabei, sondern Matze. Moin! Und heute nehmen wir euch mit mal wieder nach Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind auf dem Weg zu unseren Flächen, die wir heute vorbereiten. Und mit Glück pflanzen wir tatsächlich heute auch schon. Also wir sind selbst gespannt, was uns erwartet. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt tatsächlich schon auf den nächsten Flächen. Hier sind wir nämlich schon ein ganzes Stück weiter. Genau. Und hinter uns seht ihr einmal, wie die Streifen fliegen. Und im nächsten Step werden dann die Bäume gepflanzt. Und da nehmen wir euch natürlich auf. So, wir sind jetzt hier am Pflanzen. Ich habe ja gesagt, wir dürfen euch so ein bisschen mitnehmen. Ich habe jetzt hier schon das erste Loch ausgehoben und habe hier schon meine Lärchen verraten. Wir haben hier tatsächlich gerade drei verschiedene Baugensorten. Das ist die Lärche, die Glasie und die Roteiche. Und dann kommt das kleine Felschen rein. Hallo und zurück in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind vorerst zum letzten Mal hier. Und wir haben dank euch eine stolze Sonne erreicht. Wir sind bei 147.321 Bäumen gelandet. Tatsächlich pflanzen wir jetzt den ersten Teilen der Bäume jetzt. Und dann sehen wir uns im Herbst nochmal wieder. Denn ich stehe hier nicht ohne Grund vor dieser Hecke. Wir haben uns überlegt, dass wir auch noch zum Teil die Hecken und Knicks weiter pflanzen. Das heißt, man sieht hier schon die Weiden hinter uns sprießen und ein paar Sträucher. Und da nehmen wir euch dann im Herbst zur nächsten Runde mit. Und dann sehen wir uns im Herbst.